So, äh, ich bin immer noch nicht ganz viel weiter. Ich dachte, ich lasse das jetzt mal aufladen und gucke einfach mal, wo er uns da hinführt. Vielleicht ja mal woanders hin. Ich finde es auch schade, dass ich nicht mehr zurück kann. Also, so, hier, ins Dorf. Er will mich hier rein haben und hier sagt er mir nur, ich kann hier... Ja, das wüsste ich ja auch gerne. Hier nimmt er auch nichts mit. Plastik. Okay, warte, muss ich von ihm... Auf die Idee muss man erst mal kommen. Okay, ich hab'n Schlüssel. Ich hab'n Schlüssel. Ich bin gut. Moment, jetzt muss ich bei ihm gucken. Ja, nimmt auf. Es tut mir leid. Ich muss eben beim Fünften angucken, oder? Das fällt mir auch gerade auf. Hier stehen nur Schrottautos rum. Das ist... Müllhalde, aber bestimmt keine Fabrik. Was auch immer das zu bedeuten hat. Merkwürdig. Umschlag Grammophon. Perle. Eine Perle. Das ist keine Perle. Ein Geist. Ein Geist. Was ist hier? Da ist ein Geist. Guck. Wie geil. Ich hab' mich am Anfang gar nicht gesehen. Ich gucke. Steh' auf Geistern. Meistens finde ich gerade, wenn wir mitspielen, mit Geistern sehr, sehr gut. Ein Stift. Ah, was haben wir hier noch? Dartscheibe, ein Pferd. Und die Zer... Wenn wir damit die Zerfünf haben, Reagenzglas, Lötlampe. Machen wir auch Keks, Batterie. Jetzt brauchen wir nur noch eine Perle und einen Stift. Perle. Und einen Stift. Ein Stift. Wo bist du? Ach, da oben an dem Gemälde. Da hab ich überhaupt nicht geguckt. Okay, wir haben jetzt eine Lötlampe. Das sind Ringvertiefungen. Sie aktivieren wahrscheinlich ein Gerät. Ich hätte ja jetzt eher gedacht, man braucht das, um irgendwas löst, löst zu löten, aber das war das Einzige, was ich gerade hatte. What? Many of your kind have passed through here lately, yet no one managed to uncover the whole truth. Okay, ich wundere mich jetzt in keinster Weise darüber, dass das passiert ist. Das passiert mir offensichtlich öfter. Wo? Come on, Mary. Concentrate. This plank might be useful. I just need... I shouldn't cut off this plank just yet. First I need to find another way to support the ceiling. I'm not strong enough to lift this column by myself. Yeah, denn... Was geht das denn? The ceiling is too high. I need something to climb on. Achso, den kann ich da raufstellen und auch wieder mitnehmen. Okay, ich nehme mir das mit jetzt. Ich bin gerade... Sind wir da jetzt reingefallen oder reingestiegen oder... Ich bin gerade voll überfordert. Es wäre nett, wenn das Spiel zwischendurch ein paar Dinge mal erklären würde. Zumindest finde ich das ganz nett. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich... Ich muss nur das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Ich wäre in sich fähig, das wäre mit dem Spiel. Gut, aber es gibt halt so Momente, wo ich mir denke... Was? 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 Ich habe hier was nicht... Hä? Ich verstehe dich gerade nicht. Eine Leiter. Eine Leiter wäre ja recht nützlich, wenn die hier rumliegen würde. Zugverschein. Zugverschein, Zugverschein, Jacke, Kühler, Rasierklinge nicht gesehen. Ballon, Ananas, die habe ich auch gesehen. Faden. Hey, hier sind Schnürsenkel. Hier sind so viele Fäden. Faden, 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 Faden. Wir sind also offensichtlich wirklich hier reingefallen. Gruppen, Faden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, da haben wir einen Stein. Das ist sehr schön. Wahnsinn, das hat auch noch funktioniert. Ich weiß. What? Was war denn jetzt mit dem los? Was, das Falsche? Hallo? Es ist sehr schön, dass die auch hier vorne so rumstehen. Diese funktionieren nicht, bis ich ein Feuer in der Feuerbox habe. Okay, ich weiß sowieso noch nicht, was ich hier tue. Kaffee. Ich brauch einen Kaffee. Ich weiß nicht, was für einen Kaffee ich will. Hi. Ich hatte einen wunderschönen blauen Paret, aber es escaped. Das ist gut. Woher kann ich diese Kaffee beobachten? Ich finde, ich würde einen Vorteil dafür finden. Was auch immer die hier machen. Sie sind hier. München. Sie sind ja also nicht vollkommen verschollen. Sie scheinen ja irgendwie sich nur merkwürdig zu verhalten. Diese komischen Leute sind auch immer noch da. Also ich meine diese... Haben die die besessen? Das ist ja wie ein Seelen. Den Film hat er geguckt. Der ist gut. Finde ich persönlich. Ich finde den sogar besser als... ...gewinst eine andere Bücher von genau den gleichen Schriftstellerinnen. Weil das ist ja Ansichtssache. Ich bin ja nicht hier, um mich über... ...über Filme zu äußern. Obwohl ich da glaube ich auch... ...viel zu erzählen müsste. Hyros Eisensäge. Hammer? Leuchtturm. Keine Eisensäge. Ich nehme erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Ähm. Wofi... Fehler. Alles klar. Hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert. Buch über Kunst. Buch über Kunst. Ich kann eine Tür hinter dem Rhinosäge sehen. Aber ich kann nicht da gehen, während der Rhinos wohnen. Buch? Moment. Das Kug ist lockt. Ja, der bleibt da jetzt natürlich auch so lange sitzen. Erster Preis Milchtrinkwettbewerb. Hallo. Ich will nicht, dass du deinen Rhinosäge in meinem Zoo machen kannst. Aber ich bin nur ein Sport und fett mir einen Kaffee aus der Stadt. Du willst also den Kaffee haben. Trinkst du deinen Kaffee? Aber ich weiß gar nicht, wie du deinen Kaffee... Hallo? Wie trinkst du deinen Kaffee denn gerne? Mit Milch? Ohne Milch? Zubereitung? Expresso. Oh. Okay. Einmal Milch. Espresso. Haben wir sonst noch irgendwas? Sonst würde ich jetzt glatt sagen... Espresso mit einmal Milch. Ich probiere es einfach mal. Einmal Milch. Und dann Espresso. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, aber... Kaffee? Ich bin sorry, aber das ist nicht so, wie ich meinen Kaffee mag. Ach, scheiße. Die... Espresso, also... Irgendwo noch irgendwas über Zucker stehen. Zucker... Zwei mal... Zwei mal Zucker. Okay. Äh, das ist was Blödes. Vielleicht sollte ich auch einfach gleich einen großen mitnehmen? Ah, that's more like it. Now, don't mind me. I'll just enjoy my coffee and, uh... You may proceed with, uh... Whatever you were doing around here. Okay. Alles klar. Mach ich das einfach. Fisch. Was ist hier für ein Schrott rumliegt? Diskette Ahorn. Das ist kein Ahorn. Das ist kein Ahorn. Wo ist denn hier ein Ahorn? Oh, das kann ich nicht. Das ist so putzig. Das kann ich nicht. Voll putzig, putzig, nur völlig süß. Schnalle, Haken. Achso. Trommelstock. Ah, jetzt ist das juckt das hier. Haken. Trommelstock. Schnalle. Was für eine Schnalle. Komm, du Schnalle. So eine Schnalle war schon irgendwie ähnlich. Ich sehe hier keine Schnalle. Jetzt haben wir einen Boden. 17. Zuckerwürfel. Ein Pferd. Tambourin. Käfer. Käfer. 17 Munition. Bohnen. Das Bohnen? Nein. 17. Pirat, Zuckerwürfel, Zuckerwürfel. Oder ein Pferd. Da ist die Schnalle auf jeden Fall. Sollte ich hier aber weder Pferd noch ein Zuckerwürfel. Pirat schon gar nicht. Zuckerwürfel. Im Auge des Betrachters. Wurfpfeil. Okay, du saufst deinen Kaffee. Ich bin froh, dass ich eigentlich die richtigen Kaffee für dich gefunden habe. Bist du putzig? Bist du putzig? Merkwürdig. Was ist das denn eigentlich? You shall not pass! Was? Ach, ist das denn schon ein Ding? Ich weiß nicht. Ein Kind? Ernsthaft? Ist ja putzig. Es wird aus irgendeinem Grund nicht, dass wir weitergehen. Warum auch immer. Aber offensichtlich scheint das ja der Typ zu sein. Oh Gott, ich hab das wirklich immer einfach für ein ganz normales Kind gehalten. So kann man sich täuschen. So kann man sich sehr täuschen. Ich hab das Kind vorharmlos gehalten. Mein Fehler. Jetzt schläft mir schon wieder die Hand ein. Das ist furchtbar. Birne. Mayong. Mayong? Mayong? Ich liebe Mayong. Aber nur dieses Computerspiel Mayong. Ich glaub, echt ein Mayong wäre ich total überfordert. Da ist ein Mayong-Sternchen. Note. Wo ist hier denn eine Note? Da. Schuh. Blatt. Drache. Taschenbrun. Feuerzeug. Fliege. Wahrscheinlich eher das Feuerzeug. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, wo ich bin, Fliege sehe ich hier auch nicht. Ah, das wollte ich doch nicht. Engel. Einen Engel sehe ich. Ach, da ist die Fliege. Moment, ich hab die Fliege gefunden. Da. Jetzt hab ich eine Taste bekommen. Aber was diese Taste macht, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin. Tschüss.